Willkommen zu Let's Play Dead Space Letzten Part Oh Ja Gott sei Dank, Ende des Wakums Oh, was ist in Letzten Part alles passiert? Wir werden irgendwie komischerweise bekloppt Candoar redet von Bildschirm auf uns Herr Hammond hört komische Stimmen Und Candoar, sie Ne, unsere Frau, ich weiß nicht mehr, wie unsere Frau eigentlich heißt sie eigentlich Aber Candoar hat uns gesagt Das ist wenigstens ganz Mist, da schieß ich noch daneben, das gibt's doch nicht Komm her Oh Gott, hier sind wieder diese komischen Verzerrungsteile Irgendwas sagt mir Das ist gut, wenn ich das mache Hier ist bestimmt eines dieser komischen Wand vorm Wandler Los, Knall ihn ab Ja, genau so Und noch mal das hier Alter, wie viel hätten der aus? Los, geht drauf Und Man, die haben irgendwie extra mehr Panzerung Diese komischen schleimigen Viecher Ah Was müssen wir überhaupt machen? Auf jeden Fall müssen wir in der Richtung Also, wir überprüfen nochmal die Nebentüren Vielleicht finden wir ja noch irgendwas interessantes So, aus den Teilen könnten irgendwas rausgeschossen sprungen Komm, komm, tun Ah, warte mal Ah, okay Logbuch des Kapitäns Überträger der Erstinfektion Es ist erst Weniger als eine Stunde her Aber die Infektion breitet sich rasen schnell aus Das Flydeck war nach dem Crash des Shuttles als erstes dran Jetzt ist es bereits fast vollständig verseucht Wir haben wenigstens die Hälfte der Krankenstation verloren Und etwa ein Viertel des Maschinendecks Vom Frachtdeck und Planetenbetrieb liegen noch keine Informationen vor Was Schlimmeres vermuten lässt So hatte ich das nicht geplant Tja, wie hat das Lust geplant? Mann, die Kameras Mann, Kamera Sagt, Mann Diese blöde Kamera Die ist, ey, manchmal hier echt ein Problem im Spiel Besonders hier bei so engen Räumen Oh, ne, Energiezelle Plasma-Energie Sag mal, wie viel Infantarplatz haben wir denn bitte? Nicht mehr viel Hier braucht man kürzlich mal wieder so einen Shop Mann, Isaac Muss ich jetzt echt die ganze Zeit so rumlaufen? Boah, Isaac Ich seh, die Kamera ist ja manchmal echt Echt grauenhaft Das Licht ist aber nur beim Aufnehmen so Okay, ich könnte dir mal einen Tipp geben dazu Wie ich das unterbrechen kann Aber ich glaube, da Da gibt's irgendwie keinen So Irgendwo hier was Aha, ich seh dich Oder? Ach, ist nur Feuer Mal sehen, gibt's hier sonst nix Hier drunter vielleicht Nein Wir können eigentlich auch Kinese benutzen Um, ähm, die Gegner auszulöschen Mal erst mal, äh Okay Das hat doch Einen echt gruseligen Atmosphäre So, hier ist nix Mann, diese Musik irgendwie Hier läuft noch irgendwas rum Oh, danke für die Weeper Weeper Munition Ich höre dich Wo ist der? Ich gehe lieber so bewaffnet So, da können wir nicht durch So, nochmal umdrehen Ja, aber ich will Ich will hier jede Energiezelle mitnehmen Ah, Moment Die hab ich gleich Das war so Komm Ich weiß Verschwendung für schwere Munition Aber egal So Das verwenden wir auch mal gleich Und noch ein paar Credits Ich hab die Befürchtung Das Vakuum wird eintreffen Das hier ist schon so komisch verwurschtelt So komisch aufgebaut Wenn ich das mache Wird der, glaube ich, irgendwie So eine Fetzer Scheibe zerplatzen Deswegen, bewegen wir uns Das Theroidenabwehrsystem ist online Yes Gut, die Energie Aber die Zielerfassung der AA-Kanone ist offline Legt sich an einem Kabel Bis ich das ersetzt habe Müssen sie die Kanone bedienen Und die Kabel zählen Nehmen sie den Aufzug nach oben Und gehen sie zum Kanonenschacht Stirb Du mieses Mistvieh Stirb, danke Du auch Die Ich wusste, das war Ey, den hab ich doch gerade eben schon umgebracht Der kann auch die Toten, die ich getötet habe Wiederbeleben Oh, das ist aber unfair Okay, aber jetzt können wir wieder zurückgehen Dann müsste, glaube ich, doch Na, ich weiß nicht, ob dieses Kapitel dann rum ist Ja, okay Ja, mit dem Vakuum Ding Boah Das sah aus wie ein Gegner Hm, ich glaube, ich hab Besuch bekommen Ich werde kurz mal gucken, ob ich Besuch habe Wenn nicht, dann sage ich jetzt Also, wenn ich doch Besuch habe, dann sage ich mir zum nächsten Part Ich gehe nochmal speichern Ansonsten bis dann Ade Willkommen zurück zu Let's Play Dead Space Letzten Part Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr Oh, was ist denn jetzt los? Wir haben, glaube ich, alles Ähm, nötige Gemacht Ich weiß es ehrlich gesagt nicht Also Können wir ja gleich im Aufzug nachgucken Ähm Wir sind Ebene 1 Warte Nein, nein, nein F Was sollen wir überhaupt tun? Wie kann ich hier nochmal wechseln? Ähm Ja, sorry Wenn ich jetzt So, wir haben neue Schema Da können wir sowieso erstmal zum Dingsbums fahren So, zum, 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 zum Laden Genau In meiner Trüben Erinnerung haben wir alle Kanonen aktiviert Zumindest die kleineren Kanonen jetzt hat Aber der, der, der Hammond ein Problem mit der Hauptkanone Und ich bin sicher, das müssen wir jetzt lösen Das ist unser aktueller Auftrag, glaube ich Kann mich auch täuschen Kam hier Monster Also Muss erst mal ein Ton bisschen lauter machen Aber zuerst mal Geben wir den Laden Wir im neuen Schema Mich macht immer noch diese Typen Angst, die, die irgendwie gesagt haben Ich füge uns wieder zusammen Oder mach uns wieder ganz Wissen gruselig ist dann schon Muss man mal zugeben Ähm Energiekanone Aber Energiekanone Ähm Ne, aber Laserkanone Wart mal Energiekanone Okay Chinese Booster Okay Ich würde jetzt sagen, dass ich Die Sachen einfach zurücklasse Die Energiekanone und Laserkanone Ich bin nicht In Laserkanone denke ich an die Laserkanonen von Ähm Space Marine Dawn of War Dawn of War Universum Die Laserkanonen sind da eher so Präzisionswaffen Womit ich erst mal gar nichts anfangen kann Und deswegen, äh Behalte Ich lieber Meine Dings, Dings Oh Ne, wir müssen noch einen Stockwerk höher Ich finde meine Bewaffnung ist recht gut Muss ich jetzt nicht noch verändern Weiß ich will sich mal vernünftig drehen hier Isaac, ey Isaac, Isaac Gut Gehen wir noch ein Zuhörer Oh, ich wäre erstmal eingewöhnt hier Ich hatte heute die Ecke wirklich Schiss Das Spiel anzufassen Ich weiß nicht Das macht mir irgendwie so panische Angst hier sowas Also Ich habe schon das Wissen dazu spielen Im Endeffekt ist es jetzt nicht so extrem schlimm Aber es ist Es ist trotzdem furchtbar Mann, das Schiff klingt gar nicht gut Das Schiff klingt echt nicht gesund Nur, muss man jetzt mal sagen Ähm Kurskollektor Das Schiff klingt echt nicht gut Und ich weiß nicht, ob ich ehrlich gesagt Weil ich das spielen will Denn das Spiel ist doch heftig So, stimmt Wir haben das hier alles gemacht Energiezufuhr und wo gehen wir jetzt rein? Zugang Zu Schiffs Äußeren Irgendwas Zumindest ist er extreme Gefahr Der Weg hier sieht schon so tödlich aus Ich habe eine riesige, große Waffe Wo müssen wir überhaupt hin? Da wäre ja noch ein Nebenraum Ich versuche mal die Augen nach Energiezellen offen zu haben Warum sieht das hier so komisch aus? Verstehe ich nicht Was ist denn das? Lagerraum Kommt nix raus, gut Ich glaube ich werde hier paranoid Man, ein Eis Hörte ich mal auf so komisch zu drehen, Mann Was haben wir hier? Ripa Klingen Der Ripa Klingen Und da ist noch was Ich höre gar nicht zu Das Schiff sagt Irgend Verflüstert irgendwas Ich will Ich will es gar nicht wissen Ich gehe ganz langsam vor Ja, Mann Man wird hier richtig paranoid Das ist nur eine Etage sein Ich habe hier eine Ripper Klinge Ich habe hier Klinge Die ich verschießen werde Ich habe keine Angst, die zu verwenden Irgendwas wird hier aus den Wänden rauskommen Sie müssen über das Schiffsäußere, um zur AAS-Kanone zu kommen Das Problem ist nur, dass wir von Asteroiden bombardiert werden Sehen Sie sich nach Deckung um, bevor Sie in Stücke gerissen werden Oh, was ist denn das? Was ist denn hier los? Was ist das denn da? What the fuck? Oh, nee Oh, wieder sowas mit Schwerelosigkeit und keine Luft bekommen Was ist das denn? Ah, ein Luftkanister Ja, ich glaube, den brauchen wir nicht Kann ich wenigstens speichern, bevor ich mich in den Todrahr hinausstürze Das wäre voll lieb Ah Warning Sieber Ah, Luftlosigkeit und dann noch Vakuum Also, war was? Oh, was ist das denn? Achtung Mehrere Einschläge an der Steuerbordhülle registriert Äh Uh Uh Wie ungesund Jump Jump So Ähm Wo ist das nächste Ziel? Ah Jump Was? Was? Abgestürzt? Ich doch Der Part ist zu Ende So